So, einen wunderschönen guten Morgen. Da bin ich wieder, hätte ich das gedacht. Und ich glaube, ich bin ein bisschen krank, aber das ist ja nichts Neues. Okay, ich würde sagen, ich mache erstmal Musik an und dann nicht zu laut. Und dann vielleicht nicht gleich auf, oh mein Gott. Hätte ich auch vorher machen können, die Einstellung. So, ich glaube, so ist okay. Schieben wir das mal in den Hintergrund hier. Ja, ich bin da selbst gerade erst aufgestanden. Eigentlich wollte ich jetzt die Nacht streamen, habe denn aber doch geschlafen. Voll verrückt. Ja, guck mal, ob ich da stehen geblieben bin. Also das Einzige, wie ihr sehen könnt, hier sind ein paar Kisten mit Cobblestone. Mehr ist das hier gar nicht. Na, ich habe nur meinen Cobblestone-Generator zweimal hier geleert. Weil das ja durchläuft, da ich hier geclaimt hatte. Ein bisschen nervig, aber was soll's. Ach ja, was ich ausprobieren wollte. Ja, sehr viel wollte ich ausprobieren. Egal, erstmal schlafen. Ähm. Ja, also ich habe mich ja dazu entschieden, ich nehme euch einfach zu allem mit. Na, jetzt bis auf die Cobblestones da raus tun. Aber ansonsten nehme ich euch wirklich zu jedem Scheiß mit. Ich werde nicht offline spielen, gar nicht. Das heißt... Ihr tut mir leid, weil ich hier stundenlang sieben werde, insgesamt wahrscheinlich. Also nur, nur mal so, ne? Die ist auch noch leer, das ist schön. Ja, genau, hier war das. Also nur als Input. Wir haben hier fast viel machen. Können wir ja nochmal... Irgendwie Holz und so. Holz und so, da ist Holz und so. So. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, ich wollte noch Siebe bauen. Und zwar sechs Stück, glaube ich sogar. So, dann klauen wir uns einfach die hier raus. So. Na. So. Jetzt haben wir vier mal vier, ne? Oh mein Gott. Denn ist das totaler Bullshit. Weil dann brauche ich ja nur viel mehr. Dann brauche ich nämlich jetzt noch vier. Ich dachte, ich hätte schon mal... Guten Morgen, Mandy. Ein Wunderschön. Ah. Zwei sollten reichen, ne? Ja. Zwei sollten reichen. Hm. So. Haben wir das da auch gemacht. Ja, bei mir ist alles klar. Äh, mir geht's... Ja. Nicht so super. Nicht so super. Sagen wir's mal so. Nicht so super ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber geht schon. Der kann schlimmer sein. Der kann schlimmer sein. Der kann noch ein paar Dinger machen und... Und tatsächlich keine Setzlinge rausbekommen diesmal. Ich weiß gar nicht. Reicht das? Wie viele muss ich denn jetzt machen? Fünf... Zehn. Zehn Dinger brauche ich. Äh... Da brauche ich 90. Ja gut, habe ich nicht. Das heißt, ich muss erst mal meine Würmer hier finden. Dann geht es ja. Ja, es geht. Es geht. Alles geht. Ach, hier habe ich auch noch ein paar. Und schon fehlt mir nur noch einer. Egal. Ich mache hier erst mal... Noch so einen Baum fertig. So, komm. Alter, mach mal. Alter, wächst jetzt nicht weiter. Nehmen wir es das, ne? Aber eigentlich müsste der trotzdem... Ja, müsste trotzdem wachsen. So. Eins und zwei und drei und... Ja, passt schon. Komm, mach schneller. Boah, ey, bin ich durch. Ha, ha. Ja, ich bin doch ziemlich fertig. Das kann erst mal hier rin. Das kann erst mal hier rin. So. Vielleicht jetzt ein bisschen besser. Kann ich hier erst mal Siebe machen. Dann, dann, dann siebe ich hier... Äh, äh, dann siebe ich, sag ich schon. Dann haue ich ein bisschen durch. Ach, seht ihr? Da fällt mir gerade was ein. Ich muss nur eine Abbau-Area basteln. Warte mal, das ist zu viel. Das ist too much. Da reichen doch drei, ne? Ja. So, und dann in die Richtung. Und ich brauche einen Wand. Ich brauche auch einen Wand. Ohne Wand geht hier gar nichts. Das war eine Schaufel. Super, Sascha. Ja, Wand und Schaufel kann man auch verwechseln, ne? So, das ist kein Wand. Das ist ein Wand. Ja, zwei reichen erst mal. So. Ah, ja, egal. Ihhh. So, Hammer habe ich noch. Genau, Wand wollte ich. Ich würde sagen, das können wir in die Richtung machen. Äh. Erst mal hier ein bisschen. Muss ja keiner sehen. So, außer ich. Apropos Wand, ne? Ab jetzt ist toll. All I want is the wand. Ah. Ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Oh, das passt nicht mal perfekt. Schade, eins zu groß gebaut. Wäre witzig gewesen. Nee, komm. Jetzt will er mich verarschen. So. Ja. Äh. Mache ich das größer? Baue ich hier erstmal die Siebe hin? Ich glaube, hier baue ich erstmal die Siebe hin. Die nerven da nämlich nur. So. Weg damit. Erst mal die Siebe hier wegtun. Eiei, 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 eiei. Äh. Perfekt. Also, ich würde sagen, perfekt. Hier liegt nichts rum. Und mein Inventor ist voll. Also, besser geht's ja kaum, ne? Ich würde sagen, ein, zwei, drei, frei. Ein, zwei, drei. Ne, fünf frei will ich haben. Fünf und drei, so. Huch, da. Genau. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal anbauen, ein bisschen. Zwar ist das dann drei. Das ist vier. Das ist fünf. So. Haben wir das auch erstmal ein bisschen erweitert? Jo, und hier müssen wir das auch nochmal fünf. Aber das ist ja nicht schwer. So. Hoch. Ja, natürlich. Natürlich, der eine Block, den hättest du auch nicht ansetzen können, wa? Ah, ey. Oh. Dein Ernst? Das sind ja zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Ach. Der Wund, der ist so schön, ne? Mit dir wär noch besser. Oder, oder, oder mit, mit einem Neterstern, aber das geht schon. So. Ach ja. Die muss man ja mit Schleichen reinmachen. Hä? Bin ich doof? Ich bin doof, ne? Oh mein Gott, bin ich dem nicht. Das sind fünfmal. Das sind sechs, ne? Also erstmal sind das hier sechs. Also, man merkt schon, ich bin vielleicht ein bisschen verpeilter als sonst. Ein bisschen verpeilter als sonst, aber nur ein kleines bisschen. Jetzt geht der ganze Scheiß natürlich nicht mehr auf. Aber jetzt sind hier sechs, ne? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Super. Ein, zwei, drei, vier, fünf, ja. Ach, Mann. Ich hasse es, krank zu sein. Egal. Passt schon. So. Dann machen wir halt sechs breit, Shithappens. Dankeschön. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Passt. Wenigstens das passt. Hier sind es drei, wie gewollt. Ei, ei, ei. So. Erstmal hier. Ach ja, ich muss hier noch. Aha. Erstmal eine Reihe drum setzen. Habe ich meine Fackeln? Da habe ich meine Fackeln. Dann mache ich an den Ecken nämlich Licht. Er kann da auch nichts bohren. Dann passt das schon. Oh mein Gott, ich bin so dämlich manchmal. Da, da, da. Schon wieder, ne? Man merkt auf jeden Fall. Heute ist toll. Ba, 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 ba. Ach, ich mag das Lied. Das ist, ähm... Sledgehammer von, 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 ähm... Wie ist der Typ? Scheiße. Ach. Wie ist der Typ nochmal? Scheiße, jetzt muss ich nachgucken. Peter Geprey, genau. Der jude Peter. Danke schön. Nee, nehmen wir den Hammer. Danke schön. So. Schon besser, ne? Ja, schon besser. Ja. Ja. Sledgehammer. Ich wollte nur neun, ne? Und wahrscheinlich habe ich mich trotzdem verzählt. Sledgehammer... Aber egal, wird schon. Mal gucken. Oh mein Gott. Das waren zehn, nicht neun. Also heute... Heute ist... Keine Ahnung. Heute kann ich nicht mal mehr bis zehn zielen. Oder ich kann... nicht mal bis fünf richtig zählen. Bei mir kommt bei fünf nämlich sechs raus, wie ihr gerade gesehen hattet, bei den sieben. Ähm... Ja, cool, ne? Ich würde gerne... Nochmal hier... Eins, zwei, drei. Noch ein paar mehr basteln. Ähm... Und jetzt? Und jetzt hatte ich einen Plan. Achso, ich wollte fürs Abbauen erstmal ne Fläche machen. Wo ich denn Cobblestones drauf tun kann. Wo mach ich denn die hin? Ich mach die erstmal hier ran. Mittig. Das ist ja mittig, ne? Das hier ist Mitte. Das hier ist eigentlich die Mitte. Egal. Scheiß drauf. Wir ändern jetzt unsere Mitte. Wir ändern jetzt unsere Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sollte erstmal reichen. Und dann basteln wir uns noch ne Mauer. Damit wir da nicht runterfallen. Äh... Warte mal, ne Mauer? Gab's die hier überhaupt schon? Ja. Ja. Äh... Ach, das sind denn sechs. Okay. Das war so und dann so und so und so. Jo. Jo, mach das! Los. Lasst es euch schmecken. Ähm... So. Wenn man das erstmal umrundet. Ich meine, das hier reißen wir eh wieder auf. Egal. Machen wir trotzdem erstmal zu. So. Und hier dürften wir ja nicht durchfallen. Hoffentlich, ey. Ich hoffe, das wurde nicht geändert. Auf einmal macht es plumps und der Sascha fällt runter. Wollen wir es mal testen? Gut, geht. Ei, ei, ei. Ist immer so duster, ne? Hallo? Danke. Immer so duster. Ich dachte gerade, da wäre eine Insel. Da wäre jetzt eine Wolke. Ei, 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 ei. Das kann ja was werden. Vorhin brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens einen Wund. Ha, 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 ha. Äh, ja. Machen wir gleich zwei. Huch. So. Jetzt ist es wieder richtig. Jetzt ist es wieder richtig und die Sonne geht auf. So eine große Fläche brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Deshalb würde ich sagen, einfach mal... Einfach mal... Einfach mal machen... Ich meine zwei Stacks oder so. Also, dass das Werkzeug nicht nachrutscht, stört mich schon ein bisschen. Na, wie bei anderen Modpacks. Also, wir müssen das hier eigentlich nur in die Länge ziehen. Na, eigentlich ist es kein Dier-Ding, sonst hätten wir ein Problem. So. Reicht das erstmal? Nee. Nee. Ich habe jetzt übrigens nicht gezählt, so. Einfach, um mir keine Blöße zu geben. Ich habe nicht gezählt. So. Na, komm. Ah. Das ist ja jetzt nicht so toll. So. Das ist my last resort. Erstmal hier. Ich glaube, das reicht. My last resort. Hier noch. Und hier noch. Ja, natürlich bleibt wieder einer übrig. So. So. Jetzt nehmen wir hier wieder die... Nein. Ah. Jo. Tschüss. So. Die Teile hier. Ist nicht hübsch. Ich weiß. Braucht mir niemand sagen. Ist mir schon bewusst. Nothing. Jetzt soll auch nicht hübsch sein. Ich soll nur dafür sorgen, dass ich nicht in meiner Verpeiltheit, wie ich im Moment bin, einfach runterfalle. So. Jetzt reißen wir zur Not einfach wieder ab. So. Wo ist denn ungefähr die Hälfte? Ich schätze mal hier, ne? So. Hier. Passt schon. Ja, ungefähr. Passt schon. Geht schlimmer. Geht aber auch besser. Ich weiß. Dann schmeißen wir mal die ganzen Steine erstmal wieder in eine Kiste. So. Alles, was wir... Upsi. Das können wir auch wegschmeißen. Das brauchen wir vielleicht. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Dann. Fackeln können wir weg. Das kann weg. Das... Das sollten wir vielleicht behalten. Man kann ja nie wissen. Und dann können wir uns noch ein paar Hämmer machen. So ein Hammer ungefähr zwei Stacks. Koppel. Aber egal. Wir machen einfach erstmal. Ah, ich hab den Wand vergessen, ne? Ich bin ja auch genial. Ich mach mir extra eine Fläche, damit ich easy den Wand benutzen kann. Und was packe ich weg? Wand. So. Davon sollten wir vielleicht auch noch zwei, drei mehr machen. So. Quatsch, so. Sollte erstmal... Huch. Ich hab mich grad verlaufen. Hm, hm, hm. Ich glaub das größte Problem... An den Wand ist halt tatsächlich... Dass sie... Dass ich ein bisschen zu groß gebaut hab hier. Was soll's. Mit den Eisen oder dir geht's denn noch schneller. Und dann ist alles fein. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Die sollten wir auch noch mal kurz holen. Die setzen wir nämlich einfach hier hin. Hier. So. Zack. Dann kann da ja nichts schief gehen. Kann man da nämlich rauf gehen und noch eine Schicht machen. So. Nicht zerdrückt werden hier von den Steinen. So. Ich hoffe, das fliegt nicht über den Jordan. Auf jeden Fall merke ich... Die sind echt scheiße. Die Steinmond-Dinger. Hm, 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 hm. Ich will schnell einen aus dir haben. Oder noch besser. Ich glaube, den ersten Neter-Stern mache ich tatsächlich zum Mond. So. Machen wir einmal so. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Ist okay. Okay. So. Und essen bzw. trinken ist auch nicht schlimm. Also durch den Apfelsaft, das ist ja easy. Ah, ich freue mich schon, wenn das alles vollautomatisch geht. Das wäre super. Oh, ey. Wir haben ja echt noch viel, ne? Sieb ich das Zeug erstmal durch? Aber das geht ruckzuck. Also wenn man das mit dem Mond einfach so zack, 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 dann geht das echt schnell. Äh. Selbst wenn die zerbrechen. Äh. Äh. so. Aber das schön mit 25,7 geht das halt echt schnell. So. Äh. 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 Fällt grad ein. Fällt grad grad ein. Ich hab hier noch was, aber wir machen ja auch Flinzee. Als nächstes sind Flinzee dran, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben haben wir schon. Wo sind meine Würmer? Ich will wieder hin. Da sind meine Würmer hin. Yay. Das ist ein kleiner Baum diesmal. Okay. So. Wie wär's mit einmal zusammencraften hier? Ah, ich brauch Drawer. Ich brauch dieser Drawer-Dinger. Ich crafte den Scheiß jetzt zusammen. So. Das Schöne ist, hier hab ich ja noch mehr drin. Noch viel mehr. Huch, bist du? Nee, du bist rote Beete. Bin ich noch irgendwo? Nee, ich glaub, das war's. Nee, du bist nur rote Beete. Du berätest mich nur. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam. So. Insgesamt verbraucht es trotzdem mehr Platz, weil ich ja nicht alles sofort durchschmelze. Aha, Reis hat mich auch gebetet. Ich hab's gewusst. Ach, böse Reis. Immer dieser Scheiß Reis. So. Ja, gut. Du kannst dann weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du, du, ihr natürlich auch. Eisen rade ich durch. Aber wär's Kohle? Hatte ich meine gesamte Kohle? Nee. Ich wusste doch, ich hab noch Kohle. Ich dachte, ich hätte meine gesamte Kohle durchgebraten. Hab ich aber nicht. Ich hatte doch noch Fäden hier. So. Ich glaub, das war... So. Das sind 15. Dit sind schon mal 15. Plus 7 sind... 22. Also find noch 3. Alter, man kann die kaum sehen. Ich glaub, das hab ich schon mal gesagt, wa? Ja. Äh, nicht mal flintreich genau. Hä, ist doch gemein. Ja, und ich bin... Auch ein bisschen nicht gemein. So. Wozu? Wozu hab ich jetzt die Axt geholt? Ich weiß es nicht. Äh. Das ist ja schlimm. Einmal schlafen. Warum eigentlich? Ist ja alles ausgeleuchtet bei mir. Bei mir kann gar nichts spawnen. Geht nicht. So. Äh. Vier mal flint brauchen wir denn auf jeden Fall nochmal. So. Ein bisschen viel, aber egal. Den Rest schmeiß ich hier rein. Hier ist noch ein Wand. Hui. Die Feen werde ich trotzdem nochmal brauchen. Aber nicht... Warum ist hier eigentlich ein... Ich hätt gar nichts mehr. Es ist mir egal. Es ist mir egal. So. Das sind wir denn erstmal durch. Ja, das Tolle ist, es landet immer da, wo man es abbaut, ne? So ungefähr. Das heißt, es kann gar nicht runterfallen. Das sieben wir jetzt nochmal kurz durch. Dann sollten wir hier noch flint haben. Dann wechseln wir die Siebe. Weil da kann dann auch... Also da kommt dann mehr Eisen raus. Oder genauso viel Eisen. Aber dafür auch Kohle. Kohle kommt auf jeden Fall aus. Wenn wir überhaupt vier Flint haben. Ja, okay. Wir haben genug Flint. So. Aber Eisen geht eigentlich voll klar. Scheiß drauf. Okay. Eisen geht tatsächlich echt easy klar. Also Eisenmangel gibt es nicht mehr hier bei mir. Ich glaube, drei waren das, die ich noch brauche, ne? So. Ja, komm. Kies können wir einfach hier... Oh mein Gott. Ich hatte noch... Ja. 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 Okay. Hat sicher irgendjemand gesehen. Komm, ihr kommt erst mal hier rein. Ihr kommt erst mal hier rein. Dann bauen wir die erst mal ab. Erst mal. Hm. Keine freie Hand mehr. Keine freie Hand mehr. Die brauchen wir noch später. Okay. Eigentlich nicht, aber... Ich will sagen, für später. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe genug gemacht gehabt. Irgendwie habe ich die Vermutung... ...dass ich nicht genug Siebe gemacht habe. Oder ich finde die nicht alle. Doch. Doch, das müsste passen. Hoffe ich. So. Falsche Richtung. Da ist noch ein Sieb. Alter, da muss man ja echt... ...ganz genau hingucken, ne? Also ein Texturenpack, wo man die Siebe besser sieht, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Zumindest die... ...die Flint-Siebe. Okay, zwei habe ich noch und zwei habe ich noch. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich habe mich nicht verzählt. Diesmal. Diesmal habe ich mich nicht verzählt, ja. So, ähm... Wie wäre es, wenn wir gleich ein bisschen Eisen verschwinden? So. Gleich, gleich richtig büllern, ne? Hier. Tschüss. Tschüss. Halt. Dich kann ich noch verschwenden. Du kannst aber erst mal weg. Oh, der Baum ist gewachsen. Äh, da habe ich den Koppel hingeschmissen. Hä, eine Spitzhacke, man weiß ja nie. Dann baut man sich aus Versehen ein und dann geht gar nichts mehr. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, funktioniert das auch so. So, jetzt. Mit den Eisenmond. Die haben ja immer eine andere Reichweite. Beziehungsweise eine bessere Reichweite. Ne, okay. Der baut aber hier wenigstens alle einmal... Ja. Ja. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, das hat sich schon gelohnt, finde ich. Here I go. Ich finde, das hat sich schon mal gelohnt. So. Da ist der erste One kaputt. Und... Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ein bisschen aufpassen. So. Ah, komm, die können wir auch noch durchhauen, ne? Die paar Steine hier. And I dance a wonderful, wonderful life. So. Easy. Einfach nur easy peasy. Lemon squeezy, ne? Man kennt's. So, zack. Das hat ja viel gebracht. Aber jetzt. Fup. Ah, das ist tausendmal schöner. So gemein. Was? Hallo Alva. Einen wunderschönen guten Morgen. Was ist so gemein? Bäm. Bäm. Oh, also mit Eisenhammer, das ist ja easy. Das ist jetzt mal beim Psychiater und der geht. Ja, ey, komm, ich bin krank, ich darf das. Ich bin krank, ich darf das, Punkt. It's a wonderful, wonderful life. Oh, natürlich, so. Nö, doch, natürlich darf ich das. Erstmal ganz viel Eisen machen. Doch, natürlich. Mir war eigentlich schon gestern Nacht danach. Eigentlich wollte ich ab 22 Uhr streamen, aber dann schloss das Fieber so hoch tatsächlich, dass ich schlafen gegangen bin bis um halb 10. Ja, und jetzt sitze ich hier. Super. Man sieht's, meine Haare sind noch zotteliger als sonst. Aber wie geht's dir, Alba? Geht's dir gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist jetzt zu Hause und sitzt nicht da und guckst den Stream gerade. Das wäre natürlich auch nicht so gut, ne? Es geht's. Es geht's. Hei, hei, hei. Ich laufe gerade nach Hause und gucke zu... Ach so. Ich verstehe. Na dann. Aber bei dem Wetter hier regnet's ja wie Sau, ne? Aber ich weiß nicht, wie's bei dir ist. Also, was heißt wie Sau? Das hat ja kurz geregnet. Ich glaub, jetzt ist sogar... Jetzt regnet's nicht mal. Äh. Ja, egal. Wo ist mein Eisen? Da ist mein Eisen. Kohle. Rein. So. Äh. Das war schon richtig hier. Zack. Tatsächlich richtig... Warte mal. Wie viel? Ich hab Sonne, aber es ist kalt. Oh, ja. Es ist trotzdem kalt. Boah. Kälte ist übel. Okay, ich brauch 25 mal 4. Das heißt, ich brauch 100 mal Eisen. Ja. Das, ich glaub, das reicht nicht. Und dann brauch ich 5... Äh, äh. 25 mal 5 Dinger. Ach. Da fehlt auch ein bisschen. Vielleicht sollte ich mal den Baum infizieren hier. Ach, hab ich ja gerade. Oh mein Gott, bin ich durch. Super. Da ist die Kork. Holz. Brauch ich Holz? Ich weiß nicht. Ich hab erstmal noch genug Holz. Dann mach ich weiter diese Wodenchips draus. Hallo, ist Winter? Nix Neues. Also, eigentlich ist es Herbst, ne? Aber ja. Aber ja. Ich mag Kälte nicht wirklich. Ich hab ein Problem mit Kälte. Ich mag Sommer mehr. Boah, Winter. Wie? Kannst du dich beeilen, Wurm? Friss dich mal schnell durch. Äh. Nee, erst November. Dann ist Winter. Nein. Nein. Wir haben offiziell noch Herbst. Bis. Bis. Warte mal. Guck mal hier. Erstmal Kalender hier holen. Das steht doch immer drauf. Meteorologischer Winteranfang ist am 1. Dezember. Und Kalenderischer am 22. Dezember. Ätsch. Also ist noch Herbst. Scheiße, wie krieg ich den da jetzt wieder? Warte. So. Komm. 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 Geh da. Muss ich jetzt echt aufsch... Ach, scheiße. Mach ich später. Ähm. Also ich verstehe nur, deine Tochter hat morgen wahrscheinlich Geburtstag. Also ist Winter. Aber das ist trotzdem kein Winter. Übermorgen. Ach so, ach so. Ja, 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 ja. Passt. Passt. Da war, ja. Gut. Übermorgen. Das macht Sinn. Das ist nämlich genau da drüben. Neben die Taste da. So. Äh. Na, vergiss es. So. So. Ich hab ne Idee. Wie wär's damit. 25 hier. 25 hier. 25 hier. Okay, ich hab genug Fäden. Fäden hab ich genug. Jetzt fehlt nur noch Eisen. Und dafür muss ich erstmal Eisen durchballern. Äh, äh, ähm. Dings durch, äh, äh. 7. Kies. Kies. Dings gleich Kies. Sie hat am letzten Skorpiontag Geburtstag. Ja, und es ist trotzdem noch Herbst. Es ist trotzdem noch dieses widerliche Herbst. So. Yeah. Nice, Alva. Das ist cool. Nee, es ist Herbst. Und das ist wirklich cool, dass du dir Minecraft holst. So. Ballern wir mal weiter durch. Also mit, mit Eisentools geht das Ganze noch, noch tausendmal schneller. So. Ich weiß nicht genau. Rocky. Oh, Rocky. Jo. Hm. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Mach wie ich sage. Oder nerv mich nicht. So. Okay. Das Buffer zu mir. Oh, warte mal. Das ist Nacht, ne? Ich sollte ein bisschen aufpassen. Ich hätte vielleicht erst mal Tag machen sollen. Ja, egal. Passt schon. Ich bin ja nicht so weit weg davon. Also. Da dürfte nix passieren. Hoffe ich. Da, da schwingen. Typen finden's geil. Na, 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 na. Na, na, na. Dit, 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 dit. Vor allem reicht der Wand sowieso nicht. Zack. Da ist er kaputt. Jetzt können wir nämlich hier. Büüb. Und. Nochmal büüb. Und dann machen wir nochmal büüb. Dit reicht natürlich nicht. Dann machen wir nochmal büüb. So. Also, Alfa will mich ärgern, ne? Die, immer noch der Meinung, dass es Winter ist. Das ist nicht witzig. Das ist nicht Winter. Das ist immer noch Herbst. So. Sinsa macht keine Typen groß. Erstmal hier durchsieben. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's heute nicht. Wir sieben, 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 sieben. Wir sieben sieben mal. Oh. Ja, mich darfst du immer ärgern. Solange es in einem humanen Rahmen bleibt, ist alles okay. Oh, ja. Ja, ich hab kein Problem damit, weil man mich ein bisschen ärgert. Aber ich bin krank, also übertreib's nicht. Godzilla. Wir bedrohen jede Religion noch schlimmer als Fernsehen. Denn unser Sound schockt immer. Berlin hört, jeder Queen zieht. Ähm, ja. Dich ärgere ich am liebsten. Oh, wie lieb von dir. Das ist ja mal toll, dass du mich am liebsten ärgerst. Hm. Super, das freut mich voll. Das ist super. Dass mich jemand am liebsten ärgerst. Ja, das ist immer toll. Ach. Nee, ist schon okay. So. Hauen wir noch ein bisschen Stein klein. Also, ne. Hauen wir noch ein bisschen Stein klein. Nicht Kleinstein, sondern Stein klein. Ich weiß, der war schlecht, aber der musste irgendwie... Irgendwie musste der jetzt sein. Ist zwar nicht Kleinstein, aber... Ja, egal. Oh, weia. Die halten nicht so lange, aber immerhin länger als Dior Stein. Also, der wohnt. Und... Ich kann die ganze Reihe ohne Probleme machen. Das ist mega cool. So. Hast du auch einen ewigen Lava-Bund? Nö. Nö. Ich hab keinen ewigen Lava-Bund. Ich glaub auch, den gibt's so gar nicht mehr, ne? Also. So wie das mit dem Wasser da ist, gibt's das ja gar nicht mehr. Schon lange nicht mehr. So. So, 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 so. Mal gucken, wie viel kann ich in die noch... Ach, das war's. Nö. Einen noch. Ah, ich hab ja noch ein paar. Ja, okay. Sag doch was. Ich hab ja vorbereitet hier. Musik wurde angehalten. Nicht schade. Nicht schade. Ja. Nee, noch hab ich nicht... Keine Zuckerrohrform. Noch hab ich nicht viel hier. Ich hab ja nur die... Die ersten dreieinhalb Stunden im Stream gemacht. Ach so, das war's. Ich hab keinen Kobbelstorn mehr. Den, 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 den. Zack. Noch hab ich nicht so viel. Aber das kommt noch. Junge. Und wie du wieder aussiehst. Und wie du wieder aussiehst. Lächere in der Hose. Und ständig dieser Lärm. So. Das heißt, ich hab erst viereinhalb Stunden hier gespielt. Ich hab nur ein-, zweimal Kobbelstorn ausgeleert. Weil ich noch nicht so viele Trichter hatte. Was ja jetzt gar kein Problem mehr ist. Ja, Entschuldigung. Hallo Flo. Ich entscheide eher spontan, wann ich streame. Mann. Es tut mir leid. Deine eigene Praxis, Junge. Nächste Mal, nächstes Mal, nächstes Mal warte ich extra, bis du online bist, in Discord. Und dann, dann sag ich Bescheid. Vor allem, warst du nicht letztes Mal zu Hause? Letztes Mal warst du ja auch da. Auf bald zu Hause. Eine Arme, Hüfte. Ja. Fast geschafft, Alva. Fast geschafft. Boah, echt jetzt? Hätt' ja fast geklappt, du. Musst dir die Hüfte dreimal operieren. Ja, ist ja gut. Ich hab's schon verstanden. Mann. Fühlt man sich voll schlecht, ne? Ich fühl mich grad voll schlecht. Weißt du, ich glaub, ich muss erst mal aufhören. Und heute Abend dann weitermachen. So kann ich doch gerne Punkte sagen. Ah, ja, Flo. Die Punkte, genau. Die sind das Wichtigste. Dink-Mechanese-Life. Erstmal gucken, ob wir hier... Ich glaub, ich brauch mal langsam hier ne Schmelze, ne Tinker-Dingser-Bumms. wird ja immer schlimmer hier. Die ganzen Erzen, aber das wird sowieso schlimm. Solange man siebt, ist das schlimm. Was? So, zack, 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 zack. Passt. So, da kommt der drin. Nein, spiel ruhig weiter, bitte. Da ist eh nix los, okay. Na dann. Zwei Kisten habe ich schon geleert. Mit Cobblestone. Tatsächlich denke ich aber, das reicht, damit wir als nächstes die Eisennetze machen können. Iron Mesh. Mesh. Hä? Wann Stromauto siebt, keine Ahnung. Dann, wenn es da ist, würde ich sagen. Also im Moment kümmere ich mich noch nicht drum. Also, ja. Keine Ahnung. Einfach so. Die Äpfel kann ich da auch mal rausnehmen. Es kommt, wenn es kommt, ne. Da ist mein Sieb. Danke. Da, 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 da. Können wir hier hin tun. Ähm. Muss man Minecraft mit Paysafe oder Paypal holen? Oder wie kann man das? Äh, ich, ich, ich glaube, du kannst es auch überweisen und so. Also, eigentlich steht da immer, was für ein, ach du Scheiße, was für eine Zahlungsmethode und so. Also rein in der Theorie müsste das da stehen. So. Zack. Jo, tschüss See you later Ja, Solarpaneele kommen auf jeden Fall bei mir hin Das ist schon Das steht schon mal fest Das steht auf jeden Fall fest Give it to me, baby Oh, ich kann nochmal Apfelsaft machen ein bisschen Ich kann nochmal Apfelsaft machen Apfelsaft ist toll So Du kannst hier Ach, scheiße, ich packe hier auch hier hin Ich könnte noch ein paar Steine durchklopfen Komisch, ich dachte, die Kiste wäre leer War die Kiste nicht leer? Ich bin mir sicher, die Kiste war leer Noch ein Wand und Noch ein Hammer sollte reichen Ach komm, nehmen wir zwei Hammer Zweimal Hammer Oh, jetzt ballern wir den Steinhaufen hier erstmal durch Weil das Eisen braucht sowieso eine Weile Aber wir sieben das noch nicht Wir sieben das erst, wenn wir den Eisensieb haben Davor macht es nicht wirklich Sinn Weil dann kriegen wir auch Dias und so raus Und es wird wieder Nacht Ich habe so das Gefühl, es wird irgendwie schneller Nacht als sonst Kann das sein? Das war doch sicher schon zehnmal Nacht in der Stunde, die wir hier spielen Das ist voll doof Einmal kann ich noch Zack Eieieiei So Hier noch Einmal noch Nein, ich habe noch nicht angefangen mit Tinkers Ich bin erst eine Stunde dabei und Ich will erstmal hoch zu Diasieben Deswegen steht da auch 777 im Titel Weil ich halt tatsächlich Heute nicht viel mehr mache Als zu 7 Erstmal hier ein bisschen süppeln Ja, aber das ist toll Zwei, drei Bäume abgebaut Mit der Krog Also ganz normal Und du hast genug Äpfel Dass du da einfach nochmal Gefühlt eine Woche Von leben kannst So Ich brauche auf jeden Fall noch einen Wand Am besten noch zwei So Das Eisen muss eh noch durchbraten Ah, gar kein Thema Wann denn dann bewegt dein Arsch? So Vielleicht sollte ich mal kurz schlafen Dann habe ich nicht das Problem Wenn ich weggehe Um noch einen Hammer zu bauen Oder so Dass da Monsters bauen können Das wäre Vielleicht mal logisch Fernseh gucke So So Let's go Ja, nee Kein Bock Ich habe ehrlich gesagt Gerade gar keinen Bock Auf die Schmiede Die zu machen Ich weiß, dass die Erze verdoppelt Aber ist mir ziemlich egal So Da muss ich erstmal Lava und so Nee, gar keinen Bock Einfach erstmal alle durchprügeln Was geht Und der Rest ist Nebensache Einfach mal einen Zugzauern So Ähm Ja Und tschüss Ach ja Das geht so schön schnell Das mag ich So Wie viel Koppel habe ich hier noch überhaupt Ein paar Sechs habe ich noch Ach komm Das taue ich jetzt auch noch durch Ja, ich weiß Darum geht es ja gar nicht Ich weiß, wie viel man das mit den Lava macht Ich habe nur keinen Bock, das zu machen Das ist alles Ich habe einfach keine Lust Braucht noch ein bisschen Eisen Ich habe zu viele Dinger gemacht No Es fehlt genau einer Es fehlt genau ein Eisen Es fehlt genau ein Eisen Hätte das gedacht Das ist auch wieder typisch Sascha So So Was rum Ich weiß Hol ich mir auch gleich Ich habe gar keinen Platz mehr Mein Inventar ist so voll mit Kies So Jetzt habe ich Platz Habe ich jetzt alles? Ich glaube, jetzt habe ich alles Hier kommt der Hotstepper So Dankeschön Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Hier kann ich wieder den Koppel erstmal reinschmeißen Den ich nicht zu viel habe So 25 neue Siebe So Schmeiß ich den jetzt erstmal rein Erstmal hier Uff, zu Hause Nice Das ist doch schön So Weg damit Weg, weg, weg Weg, weg Weg, weg Weg mit dem Dreck Mann So Siebe sind auch fertig Eisensiebe sind eh das Beste, die das ist schlecht Wo schmeiße ich euch rein? Euch schmeiße ich hier rein Oh mein Gott Man sieht euch so gut wie gar nicht So Warte mal Ähm 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 Och ey Ich würde gerne Siebe Kies Komm hier Kies Ein Prozent Drei Prozent Also für Dias sind Diasiebe auf jeden Fall schon mal besser Ne So Smaragde kriegst du dadurch auch nicht Aber ansonsten Klar Kohle ist auch nochmal eine Chance höher Aber du kriegst halt kein Eisen und so Ich weiß Ähm Aber insgesamt Dias kriegst du mehr Und wenn du auf Dias erstmal aus bist Deswegen auch immer Ich hab mir nämlich noch gar keinen Plan gemacht Was ich damit machen würde So Zack Da 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 So Also es gibt ein paar Sachen Die kann man nur mit Diasieben bekommen Und das hat halt den Vorteil Dass man das dann bekommt Ähm Ähm Dias Warte mal Kies Moment 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 Das war so Kann man natürlich schlecht vergleichen Quarz angereichert Ja Ähm Ähm Ähnchen Swords Änder Pulver Konidass Schalker Schalkerperlen Das ist ziemlich wurscht am Anfang Das ist Kies Das ist Sand Lohnstaub und so So auf jeden Fall Eisen ist gut Gut, jetzt muss ich nur noch meinen Kies finden. Da ist mein Kies. Ich weiß nicht, wie ich das rausgeschmissen habe. Ich habe es aber gerade rausgeschmissen. Eigentlich kann ich jetzt auch erstmal was anderes machen als durchsieben. Da ist ein Tier. Da ist der zweite Dia. Oh, weil ja, das dauert ja lange, ne? Ich brauche 100 Dias für 25 Siebel. Ähm, ja. Ich glaube, das dauert er denn eine Weile. Also, das würde wirklich eine Weile dauern, wenn ich das jetzt machen würde. Einfach 100 Dias für 7. Wäre ein bisschen too much, ne? Finde ich auch. Es wäre wirklich too much. Ich überlege mir mal, was ich jetzt als nächstes bauen werde. Vielleicht mache ich ja tatsächlich diese Nervzütende Tinkerschmiede. Eine kleine. Oder, ich weiß noch nicht. Ich muss noch mal überlegen. Wo mich mein Plan hinfühlt. Eigentlich zu Auto 7, ne? Ich glaube, ich werde mal gucken, wie ich an die Auto 7 und so komme. Und vielleicht noch ein paar Cobblestone-Generatoren. Ja, für besseres Werkzeug. Ja, ich weiß ja nicht. Besseres Werkzeug, die, die, die Pixel und so. Das ist kein Spiel, also kein Modpack, wo mich das Werkzeug von der Tinker interessiert, um ehrlich zu sein. So, 0. 0,0. Der einzige Grund, warum ich hier eine Tinker machen würde, wäre zum Verdoppeln der Ressourcen, also der Erze. Das wäre wahrscheinlich echt der einzige Grund, weswegen ich die machen würde. Also, mhm. Ja, aber wozu? Wozu? Du hast doch hier diesen, diesen, diesen Miner. Baut richtig schnell ab? Okay, warte mal. Ich baue mal kurz, äh. Hier, ich, ich baue mal kurz ab, ne? Oh, alles abgebaut. Oh, alles abgebaut. Wozu? Das, das macht hier keinen Sinn. Für schneller abbauen, ja. Aber, für das bisschen, wo man das denn wirklich braucht, wenn man einzeln was abbaut, ja gut, aber. Ist halt nicht nötig. Außerdem gehen die nicht kaputt, ja. Das stimmt, aber, ich meine. Ist ja nicht so, als hätte man wenig Ressourcen, irgendwann, ne? Ich meine, ich habe ein Stack Eisen gerade aus dem bisschen rausgeholt. Und wenn das automatisch läuft, das ist... Ja, verschwendete Mühe. Also, das ist, deswegen ist für mich die Tinker tatsächlich hier nicht relevant. Wenn ich sagen würde, wir würden Stoneblock spielen, dann würde ich sagen, ja. Tinker ist wichtig. Nice. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb von Minecraft. Sie sind jetzt einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Äpfel. So. Schön. Eisen haben wir auch wieder. Ah ja, ich mag die Red Hot Chili Peppers, so. Zack. Und bei Mobfarm für Mob Drops auch? Hä? Aha. Du meinst jetzt aber nur Blut, oder? Für Schleimbälle. Also, wie war das? Etting. Also, eigentlich sind das ja nur die, 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 die Flüssigkeiten hier. Für, für den so Blutschleimblock und so. So, eine große Mobfarm hatten wir ja sowieso vor, also in der Mitte zu bauen. Also, da brauche ich ja dafür keine Tinker, falls man die tatsächlich braucht. Ja, und für, für eine kleine hier hinten, ne, die ich denn bauen werde, da, da ist es ja kein Problem, das so zu machen einfach. Ach so, ach so, ach so, ich wollte gucken wegen, ähm, Auto. Auto-Sief. Block of Iron. Ach ja, das, das, das hab ich ja schon, okay. Ähm, wie wär's mit, ach so, Auto-Hammer. Ha, 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 Auto-Hammer. Ja, das geht auch voll klar. Das heißt, dafür hab ich schon mal alles. Äh, Strom wollte ich so, la, Paneele machen. Dafür brauche ich Spiegel, Redstone, Redstone brauche ich, sieben, Sand, also Dust. Dust. Dust durch Eisen siebt, dann passt das schon. Ne, um Mob-Drops zu farmen, weil, ach so. Jo, bis später, Mandy. Viel Spaß beim Einkaufen. Ja. Hier sind 10% bei dir. Hier sind 5%, ja, 5% reicht. Okay. Äh, Spiegel. Das ist dieses, dieses. Okay, ich brauch Tinkas. Für das Glas hier. Ein normales Glas geht auch, okay. Ah, ja, da, okay. Ich dachte, jetzt brauche ich tatsächlich Tinkas. Ja, dann hat sich Tinkas ja schon wieder erledigt. Also hier, das, 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 das könnten wir relativ schnell erreichen, ja. So, und dann musste man das ja irgendwie verbinden. Leitung, äh, Alter, wie war das nochmal. Wie war das nochmal? Äh, nee. Die, die, die ging. Die, die ging. Für das Kerbe. Ich glaube, die gehen. Was, Käbe geht nicht mit den Autosie? Natürlich nicht. Verbindet sich nicht. Nice. Vielleicht so, Kabel. Kabel. Warte mal. Add. Ja, Flo, ein bisschen spät. Aber ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Iron Rod. Steel Wire. Waren das die Wire? Nee. Ich glaube, das waren die Wire, ne? Hm, 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 hm. Das, was man aus Wire macht. Ah, Level 1 Wire Collection. Äh, Coil. Ja, okay. Die Dinger hier dann. Kupferplatten. Da muss ich Kupfer denn klein hauen. Ja. Mörtel. Boah, ist das eklig. Hier ist das eklig. Also, Sand, Kies und Ton, ja. Brauche ich aber nicht wirklich. Dann lassen wir das und... Oh, ja, dafür brauche ich auf jeden Fall den Kupfer und Kupfer. Oh, ich habe Eisen. Kupfer, habe ich hier schon mal ein bisschen was. Das sollte auf jeden Fall reichen, ne? Ja, man macht ja... Ja, das reicht. Macht ja den Hammer von Immersive. Achso, zum Kleinhorn, ja klar. Nee, das ist ja kein Problem. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug, äh, Dingsabums. Dingsabums. Mhm, Dingsabums. Ich mache mal einen zweiten Ofen. Jetzt muss ich nur Cobblestone finden. Ha, ha, ha. So, oh, oh, was? Ich habe doch schon einen Ofen gebaut. Warum kriege ich denn jetzt das Nahrungskraft? Macht ja mal gar keinen Sinn. Hm, 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 hm. So, zack. Reicht erst mal. Boah, so. Ich hatte noch. Ja, wusste ich doch, ich hatte noch. Ich wusste doch, ich hatte noch eine Schere. Da reicht aber eine normale Schere. So. Ah, da hätte ich mir ein Eisen sparen können. Okay. So. Da kann ich aber einfach irgendeinen Stick nehmen. Achso, ich wollte da noch Solar-Dinger machen, ne? Äh, Solar. Hier, machen wir erstmal die hier. Redstone heißt, ich muss sieben, ne? Und zwar... Ja, komm, Heavy Sieb, Alter, mag ich gar nicht. Äh, das muss ich durchsieben. Das heißt, ich muss ein bisschen hämmern. Warte mal, wie viel brauche ich denn dafür überhaupt? Ein. Ein. Echt jetzt nur? Nur einen zum Teil? Hier kommt er erstmal hier rein. Kommt er auch erstmal hier rein. Machen wir noch einen Hammer dazu, zur Sicherheit. Ich glaube, der Hammer hat aber viel mehr Haltbarkeit. Das ist das Blödsinn. Und dann holen wir uns ein bisschen Kobbel. Gießen wir aber nicht so viel. Ach komm, das reicht. Dann hauen wir das einmal zu das durch. Siebte durch und dann ist gut. Ach, Mensch, Alva, was mir gerade einfällt. Das hier ist ein Modpack, ne? Das ist nicht das normale Minecraft. Wollte ich dir nur gesagt haben. Müsste dir aber eigentlich klar sein. Hoffe ich zumindest. Oh. Ja, so viel dazu. Ach, wollte ich nicht aus DIA einen machen? Ach, ich mach gleich einen aus DIA, wenn der Schrott ist hier. Ich hab ja die 10 DIAs, das passt schon. Ich weiß es. Gut, 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 gut. Dennis, fein. Hatte ein bisschen Angst, dass du das halt noch nicht weißt. So, zack. Cool. Au. Hoch. So. Yay. Meine Musik hat wieder gestoppt. Weil mein YouTube-Add-on nicht mehr funktioniert. Jetzt weiß ich, warum das stoppt. Nee, es hat nicht gestoppt. Das war nur zu leise. Okay. So. Ich hab auch Labi-Mod. Okidoki. Ich wollte das... Nee, ich wollte das gar nicht durch... Alter, jetzt wollte ich das durchsieben. Ich wollte es doch zu dust machen. Was ist denn mit mir falsch? Junge, geh ich mir auf den Sack. Ich war jetzt dabei, das Zeug durchzusehen. Das ist doch nicht wahr, ey. Ey, was ist denn falsch mit mir heute? Ich glaube, Hammer geht auch so in den Eisen. Das passt schon. Das kann doch nicht sein. Also. Move for me, move for me, move for me, yeah. Okay. Haha. Haha. Hihi. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum da Siebbei rauskommt, aber... Achso, das wird dann von oben... Ja, okay. Montag Mittag halt. Nein! Quatsch. Dann liegt's nicht. Ich bin halt tatsächlich ein bisschen krank. Ich hatte die Nacht fast kürzlich Fieber. Yay. So, aber das muss zu dust werden, soweit ich weiß. Move for me, move for me, move for me, yeah. So. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir... Achso, ist schon fertig. Und jetzt hauen wir das von oben. Kann das ja doch nicht passieren. Passiert doch. Hm. Ich glaub, mit dem Deerhammer wäre das einfacher gewesen. Aber... Es funktioniert auch so. So. Und den Dust wollte ich durchsieben. Uff. Da wäre fast schief gegangen, als ich mit den Keys hier zum Sieben gegangen wäre. Da war auf jeden Fall schon Red Zone. Ich meine, so viel Red Zone hätte ich jetzt gar nicht durchsieben müssen, oder? Da war... Hm. Oh. Apropos Red Stone. Warum ploppt ihr denn so weit weg? Das geht mir voll auf den Sack. Hier behalte ich. Hier behalte ich für Tinkers. Warum fliegt ihr denn so rum? Das geht mir voll auf den Sack. Hört auf mit dem Scheiß. So. 16 Stück. Das sollte reichen. Das reicht sogar für ein Dingser. Dann können wir das hier bauen. Können wir gleich auf Stufe 2 machen. Hä? Für einen Solar... Brauche ich einen Red Zone. Für das hier brauche ich insgesamt 9. Weil 8 plus 1 sind 9. Und bei denen wird es immer mehr. Ich weiß. Aber ich mache erst mal das hier. Erstmal das. Man, ja, gelegentlich. Ich ist, ich ist, ich ist, ich. Los, da und Staub. Schwarzpulver natürlich. Oh. Kisten. Ich brauche mehr Kisten. Das hier hat einen Sinn und Zweck. Da machen wir Mörtel draus. Da packen wir einen Trichter gleich drunter. Siehst du, da können wir gleich mal... Schmiedelkunst, jetzt? Warum denn? Ich habe die ganze Zeit schon Eisen rausgeholt, Mann. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach komm, machen wir gleich. Vier Trichter. Ich brauche noch eine Kiste. Da sind jetzt sieben drinnen. Okay. Okay, Sascha. Okay. Sascha und seine Ordnung. Oder Sascha und seine Unordnung. Sagen wir es ja so. Ja, natürlich. Die Seite mit den Sieben. So, ähm... Das sollte ungefähr hier hinkommen. Dann pompert das hier einmal ab. Gehe ich halt baden. Das ist mir doch egal. So. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, ich musste ja Wasser reinbekommen die ganze Zeit, ne? Dann macht das gar keinen Sinn. Dann, 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 dann. Brauche ich dafür ein Crucible? Kann ich das auch einfach hier reintun? Warte mal. Ne, das geht nicht. Okay. Deswegen viel Rätsel. Sink. Ach, ja, stimmt. Da war was. Die Küche da. Ja, egal. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Mach ich halt jetzt nicht. Mach ich irgendwann anders. Aber warte mal. Ich kann ja einfach... Das war ja nicht viel. Ein Eimer Wasser reicht, ne? Ein Eimer Wasser. Ja, kriege ich. Komm, mach ich schnell. Mach ich schnell! Ein Eimer Wasser. Habe ich nicht noch einmal? Nee, die hat... Doch. Ich habe mal einmal. Das mache ich mal kurz. Uhu, kann spielen. Nice. Herzlichen Glückwunsch. So. Äh, 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 äh. Und dann brauchen wir noch eine Pipe, ne? So war das. Irgendwie... Irgendwie war da noch was mit einer Pipe. So, und jetzt brauchen wir noch eine Pipe. Ne... Ne... Ne Fluid Pipe. Glaub ich. Iron Plates. Ja, ist ja gar kein Thema. Das ist ja gar kein Thema hier. Komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ich brauche noch so ein Ding, genau. So ein, so ein, so ein. Äh, äh, ein Conduit? Ne, das ging auch irgendwie anders. Das ging auch irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr wie. Es ging einfacher, das weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Boah, scheiße. Hier, ne Pumpe. Glaub ich war das. Ne Pumpe. Ne, ne Pumpe. Ne. Äh. Ich hab's dir das Gefühl, das ist hier gar nicht drin, oder? Da, Transfer-Nodes, da war doch das, was ich wollte, ne Node, das war ne Transfer-Node, die ich haben wollte. Dafür brauche ich erstmal Glas, dafür muss ich erstmal Sand machen. Glas. Das heißt, ich muss nur einmal kurz Stein durchhauen. Was nicht schlimm ist, das geht eigentlich voll klar. Das wär witzig, wenn das jetzt klappt, ne? Klappt natürlich nicht. Wär ja auch zu schön gewesen, ne? Äh... So. Glas. Glas wollte ich machen, genau. Da haben wir jetzt der Glas. Geht ja Gott sei Dank ziemlich schnell hier. Das ganze Zeug. Warte mal, wollte ich nicht irgendwas anderes machen eigentlich? Egal, jetzt mach ich's trotzdem. Ist das jetzt dein Ernst, Sascha? Na, das steht ja hier. Hier kann man das ja drin machen. Aber ich glaub, das wird nicht verbunden, ne? Das kann sein. Ich wollte den Hammer machen. Scheiß jetzt drauf. Machen wir halt den Hammer. So. So. Easy. Einmal Sand durchmählen. Geht das auch? Ich weiß nicht. Eigentlich schon. Ich hatte es ja so schon gemacht für hier Crucible. Deswegen sollte das theoretisch gehen. Praktisch, man kann ja nicht wissen. Dann verbindet sich was nicht, weil das Modpack mit dem Modpack nicht funktioniert. Oder, oder, oder. Den ganzen Bums kennen wir doch schon. Das ist einfach nur nervig. Und das muss eins weiter weg sein. So. Ach, ja. Nein. Kann dort stehen bleiben. Meinst du, aber dann ist nur ein Platz. Das verbindet sich doch so gar nicht, oder? So. Dann testen wir das einmal so. Genug Glas sollten wir jetzt haben. Äh, Steine haben wir noch nicht genug. Wir haben ja nicht genug Stein. Apropos Stein. Ich hatte irgendwo noch einen einzelnen Stein rumfliegen hier. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug für das hier. Dann können wir daraus das hier machen, weil mir Koppelzorn fehlt. Kein Ernst. Alter, muss ich das jetzt nachbauen, oder was? Äh. Ich hab jetzt schon vergessen, wie das war. Äh. Äh. So. Ach, das ist Stein und nicht... Mh. Mhm. Okay. Das ist einfach nur Stein. Das ist Schissett Stein. Warum funktioniert das nicht mit normalen Steinen, verdammte Scheiße? Jetzt funktioniert's. Na, das hat doch funktioniert. Kein Koppel. Ja. Genau. So. Mhm. Brauche ich noch eine Pipe dafür, wa? Brauche ich dann noch eine Pipe? Ah, ich hab da noch welche. Oh, bitte, 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 bitte. Ich glaub, irgendwas funktioniert hier nicht. Oh, ey, ich hasse es. Ich hab da noch was. Huch. Oh, ey, von hier komm ich da nicht auf. Nur der Sender braucht eins. Na dann. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Ach, Gott sei Dank. Gut, 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 gut. Funktioniert. Alles klar. Supi, supi, dupi. Dankeschön. Oh, weia. Okay. Ich hab ne andere Idee. Funktioniert das? Gut. Viel Spaß. Es dauert mir zu lange, um das von Hand zu machen. Da bin ich schneller mit einmal. So, haben wir den Scheiß auch erledigt. Danke, Flo. Ich wollte trotzdem eigentlich was ganz anderes machen, ne? Ich wollte eigentlich Solar, Solar. Erstmal hier, das erste Solarmodul. Das ist normales Holz, ne? Na, hab ich hier mit dem Rotar. So, ähm. Ich spiele Eisen und Eisen hab ich. Haben wir auf jeden Fall genug für eins. Wir wollen aber gleich für acht machen, ne? Ah, wir brauchen noch vier. Wir brauchen noch vier. Gut abgelenkt. Aufgabe für heute abgeschlossen. Daily erfüllen. Super. Super. Ja, war klar. Das ist total abgelenkt von dem, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt bin ich hier auf dem Weg, doch die Scheiß, ähm, Schmelze zu bauen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ah, ey. Jetzt tut er nie zu viel geschlafen und das Leben ist halb vorbei. Ich stehe auch wie du tanzt zu dem Lied. So. Das sind sechs. Wir wollen aber acht haben, wa? Eis, wir brauchen noch mehr Holz, ne? Sollte reichen. Da haben wir die acht. Und jetzt bauen wir ein... Dingser-Boomster. Äh, 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 äh. Ein Kolben. Wo wir Cobblestone... Und diesmal ist es tatsächlich Cobblestone. Jetzt können wir nämlich das hier bauen und haben Nummer zwei. Das heißt, wir haben Energie. Äh, ja. Ich packe das jetzt erstmal einfach hier auf. Warte mal, ich muss von unten den Strom nehmen, oder? War das nicht so? Ich glaube, ich musste von unten den Strom nehmen. Dann mache ich einfach so. Und... Dann können wir ja erstmal hier, äh, 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 ähm... Halt. Wire. Na? Können wir jetzt hier erstmal eine Schere holen. Erstmal die Schere holen. Den Hammer habe ich mit. Ich habe jetzt schon keinen Plan, wie ich das machen soll. Hm. Ach, komm. Warte, wie viel brauche ich denn überhaupt für so ein Ding? Acht, ne? Ne, vier nur. Nur vier. Ach, Connector brauche ich doch auch noch. Oder? Brauche ich nicht noch einen Connector? Ne, ich kann ja hier die, die Dinger bauen. Gebrannter Ton. Ja. Da, da kann ich hier die Level 1 Wire Connector. Die, glaube ich, sollten reichen. Das heißt, das hier ist erstmal Nummer 1. Das heißt, das hier, das heißt, viermal... 1, 2, 3, 4... So... Ja, aber LV... Ja. Genau, die hier. So, habe ich einen Stick mit? Ich habe natürlich keinen Stick mit. Doch, ich habe hier Sticks. Das heißt, ich kann hier das machen. So, und jetzt muss ich das hier machen. Das heißt, ich brauche gebrannten Ton. Hm. Ja. Komisch, wie sich das alles doch zusammenfügt. War zwar nicht so geplant, aber ey. Ja, ist doch egal. Für mich heißt es Level. LV heißt Level. Ach so, wir können uns ja schon mal ums Auto Hammer, Auto Hammer. Darum können wir uns schon mal kommen. So, und dann können wir davon zwei Stück machen. So, zack. Dann können wir den hier schon mal bauen. Auto Hammer. Dann können wir ein Auto Sieb machen. Wo Glas und Block of Iron. Block of Iron. Echt jetzt? Ich brauche noch mehr Eisen. Das ist doch nicht wahr. Ich brauche einfach noch mehr Eisen. Verdammte Axt. Ich komme mir schon ein bisschen verarscht vor von mir selbst. Scheiß drauf. Hier. Hier. Schmelzt das durch. Kobbel. Interessiert mich gerade nicht. Kobbel, Kobbel. Stein kann hier auch rein. Oh, Stein kann hier auch rein. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den kleinen Dingen das überhaupt so machen kann. Ich glaube eher weniger. Und dann wollte ich noch... Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen länger. Aber egal. Wir machen uns noch einen Eimer Lava. Und den setzen wir dann hier in die Ecke rein. Und versuchen den abzubauen, ohne dass er zerstört wird. Nee, der wird immer zerstört, ne? Ich glaube, der wird immer zerstört. Das hat man auch durch sieben bekommen. Da hat man Dust gesiebt. Mit maximal Flint. Oh mein Gott. Okay, ich muss mir ein Heavy Sieb bauen. Bauen wir uns ein Heavy Sieb. Das war... Ach so, das war das. So. Können wir hier nämlich irgendwo hinstellen einfach und sagen, shit happens. Da können wir nämlich ein Flint Sieb reinballern. Und nochmal das durch sieben. Als compressed. Dust. So. Passt. Ich muss das eh noch compressen. Also, scheiß drauf. Huch. Kannst du mal? Danke. Sollte ja reichen, ne? Was wollte ich da raus eigentlich bekommen? Ach ja, Knochen. Knochen mir. Sicherheitszahmer. Okay. Den, 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 den. So. Hammergemuch. Gut. Der Rest ist egal. Oh, nochmal drei Eisen. Nochmal drei Eisen. Das ist doch schön. Na, war schon fertig. Nein, das dauert halt eine Weile, ne? Ich dachte übrigens gerade, ich hätte... ...ein Zombie gehört. Was ja gar nicht sein kann, ne? Ach, ich wollte den Ton durchbraten, ne? Wofür wollte ich den Ton durchbraten? Wofür wollte ich den Ton durchbraten? Irgendwas... Auto-Sieb, ne? Ah, nee. Nee, 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 nee. Nicht Auto-Sieb. Das war, ähm... Ah, at... At-Ex. At-Ex. Nein, das war Wire. Das war Connector, ne? Connector. Hier, 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 da. Das wollte ich machen. Den Connector. Den Connector. Dafür wollte ich die viermal durchbraten. Wow. Ey, 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 selbst die Verwirrung ist verwirrt, ne? So, dann brauche ich hier zwei Stück. Passt genau. Ah, dann haben wir das schon mal. Können wir nochmal zum Auto-Sieb gehen? Dafür brauchen wir noch Glas-Scheiben. Sollte reichen. Ah, ich brauche noch ein Sieb. Natürlich. Ach, ja. Das... Das... Ein Glück habe ich so viele gemacht. Da warst du. Ah, ey. So. Bam. Huch. So, jetzt haben wir das Auto-Sieb und das hier. Wir haben Trichter, ein paar. Das sollte auch reichen. Wir haben... Ich wollte den zweiten Kurbelzungen-Generator da machen. Wir haben ein Eimer. Hatten wir nicht zwei? Ach, den haben wir verkraftet, ne? Ja. Das heißt, ich muss noch einen Eimer machen. Da ist mein Eisen. Ui, 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 ui. Jetzt wird es wieder knapp mit Eisen, ne? So. Jetzt können wir doch, äh... Hier das Teil machen. Das konnten wir irgendwie hier... Ranbappen, ne? Ich glaube, von unten sieht es am besten aus. Einmal geht auch mit Kupfer. Ja, shit, heppens. Zu spät. Aber ich glaube, wir brauchen die... Ach, haben wir. Die haben wir, okay. Die haben wir. Auto-Hammer, Auto-Sieb. Auto-Hammer. Können wir das hier so einfach... Nee, war? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, wie wäre es denn, wenn wir... Ist zwar so okay, aber ich hätte das gerne... Lol. Hätte das gerne alles eins höher. Ja, nee. Wir machen das einfach hier. Hier, hier machen wir das hin. Einmal Holz. Ja, einmal Holz und ich packe es weg. So. Doppelkiste. Komm, machen wir gleich vier. Passt schon. Ja, das wird sowieso nicht reichen, ne? Das muss alles... Höher. Egal. Erstmal reicht es. Erstmal reicht es. Ich muss das hier alles irgendwie... Nee, scheiße. Ich baue das mir aber anders an. So. Ich glaube, das ist besser. Arbeite doch mit den Notes. Nee, kein Bock. Ich mache das jetzt einfach so. Kann ich denn später nochmal machen? Ich muss jetzt hier einen ran machen und hier einen ran machen, ne? Und dann muss ich das so und das so. Ach, du kannst nur ein... Ach, so ist das. Der kann nur ein beliefern. Okay. Und wenn ich denn jetzt hier... Ja, okay. No mesh. Ja, ja, ja. No mesh. Welches geben wir? Machen wir ein Dia-Sieb? Ne, ein Dia-Sieb wäre doof. Eigentlich brauchen wir ein Eisensieb. Eigentlich brauchen wir ein Eisensieb. So. Und der hier hat keinen Hammer, ne? Brauchst kein Eisen und geh doch nach oben. Ja, weiß ich doch. Kommt noch. Kommt noch alle. Achso, ich wollte gar keinen... Ich wollte noch mal machen und war gerade total frustriert. Komm. Wir übertreiben jetzt bewusst. Wir übertreiben jetzt bewusst. Das macht gar keinen Sinn, weil der nicht schnell genug durchsiebt. Aber ist mir jetzt egal. Toll. Okay. Ähm... Hä, warum gehen hier mehr ran? Relay? Macht ja gar keinen Sinn. Braucht nur die Hälfte an Zeug und das ist ein Relay. Aber kann ich nicht auch die, die MV ran machen einfach? Egal. Ähm... Eimer. Eimer. Halt. Wollte ich nicht erstmal... Ja, ich wollte erstmal... Machen wir die denn? Ich hab doch damit gebaut. Dankeschön. Hier können wir ja jetzt Lava reinsetzen. Jetzt können wir das versuchen abzubauen, ohne dass es kaputt geht, was ich nicht glaube. Oh, doch, es hat gerufen. Okay. Jetzt machen wir einmal hier und einmal zack. Jetzt machen wir das ab. Und ist mir egal, wohin das geflogen ist. Jetzt können wir hier nämlich wieder Kobbel reintun. Erstmal. Geht nämlich einfach dreimal so schnell. Dann haben wir das schon mal gemacht, ne? Dann ist das hier auch nicht mehr so nervig. Ich meine, das sieht schrecklich aus. Ja. Die Relays sind Verteiler. Achso. Das heißt, ich müsste hier ein Relay und hier die Connector dran machen. Damit das funktioniert quasi. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, dann haben wir uns jetzt einmal jeden Moment raus. Das dauert ja nicht lange. Ah. Irgendwie schon. Ich meine, ich könnte theoretisch auch erstmal aufhören, hier Kobbelstern zu produzieren. Nummer eins. So, ähm. Äh. Man sieht, bei mir ist noch echt Chaos. Chaotisches Chaos. Ähm. Okay, da kann man nicht durchlaufen. Sehr schön. Wir können erstmal... Merft doch nicht. So. Kiste. Eins. Zwei. Jetzt können wir anfangen, ein bisschen Kobbel durchzuballern. Und vielleicht nochmal anfangen hier den ganzen Mist, den ich hier zusammengesammelt habe, ne? Den, den... Auch einmal hier, bitte. Tschüss. Alles raus. Alles raus. Der ist ja voll nervig. So. Und später machen wir da einfach den Kobbelstern-Generator ran, den langsam und dann ist auch fein. Die ist leer, die ist leer, die ist leer, die ist nicht leer. Jetzt ist die hier und zack. Easy. Du musst Connector vom Solar an Relay verbinden und dann an Sieb und Hammer. Ah. Ja, weißt du was? Das mache ich jetzt auch sofort. Warum eigentlich nicht? Das machen wir jetzt einfach. Ja, der braucht halt ewig zum Sieben, ne? Aber ey, funktioniert. Da funktioniert alles ohne Probleme. Bis es Nacht wird, dann stoppt wahrscheinlich alles. Weil ich keinen Puffer drin habe. Ich glaube, zwei waren das. Na, egal. So, versuchen wir das einmal. Dankeschön. Dann nehmen wir dich noch mit. Dann bauen wir euch noch mal kurz ab. Dankeschön. Die bauen wir auch noch mal ab. Ja, packen wir den erstmal hier ran. Das heißt, wir können das so. Dann wird das mit Strom beliefert. Und jetzt können wir den hier mit hier und den mit hier. Nice. Danke. Haben wir das auch gemacht. Das Schöne ist, das ist dauerhaft geladen durch den Junkloader. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall, wenn es über Nacht läuft oder über Tage, dann, ja, dann kriege ich Probleme wahrscheinlich. Dann wird das alles voll sein. Das heißt, wir werden das mit Pipes nochmal machen und vielleicht sogar mit, 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 äh, Filter. Hier. Das waren ja die Filter. Ach, da brauche ich noch mehr Redzone. Ja, okay, scheiß drauf. Lassen wir das erstmal ungefiltert. Wir brauchen auf jeden Fall eine normale Node erstmal. Eine Item Node. Hä? Da. Hier. Eine Item Node. Dann können wir das hier rausfiltern und direkt in mehreren Kisten ist vielleicht besser. Barrels, ja, ja, stimmt. Also nicht Barrels, sondern, ähm, Draw. Das Draw-System. Dem habe ich total vergessen, dass das drin ist. Hast du vollkommen recht. Die habe ich total verpeilt. Ich habe die Draw einfach total vergessen, ne? Make me crazy. Make me crazy. Ein Dier. Stein. Ein bisschen Redstone. Ein bisschen, ah, Quarz. Quarz sieben wir aus, mit Diamant-Sieb. Aus Seelensand. Oder aus Flint-Sieb. 31 Prozent. Ja, okay, ist besser aus die A-Sieb. Genau, und? Ne, wir wollen bitte, äh, Seelensand haben. Was ist denn die beste Möglichkeit, um Seelensand zu bekommen, hier? Hühner. Ah, Witchwater Bucket. Ach, da war ja was. Oder, oder, oder. Entschuldigung, äh, ich glaube, Witherdust war das. Ne, das ist ja scheiße. Ah, Mann, entschuldigt. Wir können auch gebrochenes Quarz. Woher kriege ich das? Ja, okay, vergiss es. Witchwater. Ja, ist mit Ziel, genau. Das war, glaube ich, die schnellste und beste Möglichkeit. Ja, das müsste auf jeden Fall die beste Möglichkeit gewesen sein. Witchwater, das war mit Zielblock, das war, oh, wie hat man das nochmal gemacht? Das ging auch anders, das weiß ich. Man konnte nämlich Grasfläche verderben irgendwie, ich weiß aber nicht mehr wie. Äh, wie hat man das gemacht? Egal. Egal. Das, das machen wir nächstes Mal nicht, jetzt. Äh. Du musst auf die drei, das geht mir auf den Sack. So. Ein paar Kisten ist schon leer gemacht hier. Geht mir nämlich tierisch auf den Senkel. Gibt's dafür nicht ein Samus? Das könnte sein. Ein Flachs. Warte mal. Sieht aber nicht so aus. Weil wenn man hier... Nee. Na okay, das steht hier aber auch nicht, dass es dafür einen Samen gibt. Hier gibt's Flachs. Das war ein Baum. Das war ein Baum. Nee, sieht nicht so aus. Zumindest hab ich's nicht. Aber wir können ja einfach mal... ...auf Erde gehen. Und auf sieben. Also hier kriegt man's nicht. Nee. Kriegt man nicht. Und Flachs ist ja... ...was ganz anderes. Nee. Purple Grass Seed. Ich glaub, das ist es aber nicht. Ich glaub, das ist es aber nicht. Aber Umizid kann man machen mit Naturessenzen. Das ist nicht so schwer. Und Dirtessenzen. Das ist auch nicht schwer. Aber dafür muss ich hier erstmal... ...das hier anfangen. Und äh... ...das mach ich heute ganz sicher nicht. So viel weiß ich. Also, zumindest jetzt nicht. Wie war das nochmal mit... Ich weiß, da gab's irgendwie eine einfache Methode. Ich weiß, da gab's irgendwie noch eine andere Methode. Boah, egal. Egal. Das macht Zukunft, Sascha. Das macht Zukunft, Sascha. Der kümmert sich darum. Das hab ich jetzt eben entschieden. So. Das... Ich lass das jetzt einfach so. Ah, ich wollte noch wenigstens den Cobblestone-Generator anwenden. Hab ich keinen weiteren Trichter? Doch, hab ich sicher. Ich hab sicher noch irgendwo einen Trichter. Ähm. Help. Da. Alles aufgesammelt. Achso. Ja, aus Sammeln. Jetzt, wo du sagst. Kaktussamen. Kaktus-Kakao. Ah. Bei Iron. Tatsächlich. Das war der Ancient Seed, ne? Das müsste der sein, auf jeden Fall. Er hat eine Prozent Chance bei Iron. So. Ich wollte den Cobblestone-Generator machen. Wo ist der? Einmal. Dann brauche ich, glaube ich, Glas und Cobblestone. Nicht, nicht, sondern nicht. Ähm. Und den müssen wir ja einfach nur rufsetzen. Genau. Der Rest erledigt sich von alleine. Aber irgendwie bin ich damit echt nicht zufrieden. Was hatten wir gesagt? Sand aus Eisen, ne? Ich würde gerne mal kurz noch ein Eisensieb machen. Passt sogar genau, ne? Haben wir denn genug, äh, Dinger dafür? Haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen ja noch Würmer. Die ballern wir jetzt hier einfach hin. Sand aus Eisen oder Dia. Ne, Dia war das nicht. Ich glaube tatsächlich, Dia war das nicht, was ich da gesehen habe. Das war... Doch, Dia auch. Achso, ja, tatsächlich. Eisen oder Dia, ja. Aber Dia-Sieb hab ich auch nicht. Von daher, passt schon. Ist zwar nur deine Ein-Prozent-Chance, dass das rauskommt, aber... Das passt schon. Kannst du dich beeilen? Ja, toll. Dann, dann, dann hol ich das noch raus. Warte mal, Witchwater. So. Genau, da war ein Stone Burial. Das war, glaube ich, auch wichtig. Warte, wie hieß das halt? Ne, Sink. Sink! So, Sink. Ein Eimer Wasser. Eisen, 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 Eisen. Scheiße, Eisen, Alter. Sieb schneller. Halt, ich brauche euch. Ich brauche euch auch. Wo bist du hingeflogen? Alter. Das hat in dem Moment so geleckt. Das hat man nicht zufällig irgendwo hingeflutscht, oder? Da ist das Teil jetzt. Ist das, als ob das runtergefallen ist. Halt. Ich bauche nochmal. Ah, jetzt, ob das runtergefallen ist, ne? Irgendwie, irgendwie, irgendwie glaube ich das nicht. Irgendwie glaube ich, das ist noch da, ist aber weggebackt. Also, ist nicht zu sehen. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht wegbackt. Das ist nämlich echt scheiße, sowas. Was für ein Pokémon bist du? Hä, die werde ich auch nochmal automatisieren. Was für ein Pokémon bist du? Oh, ist das frustrierend. Dass es einfach weggeploppt ist, ne? Warte mal. Da kann doch noch die aus Rauchen kommen, ne? Dies. Wenn das gesiebt wird, mit Eisen, da kann die ja auch. So. Ob das fertig ist? Oh, diesmal ist es noch nicht weggebackt. Das tatsächlich nur für zwei. Mann. So, zack. Die Eisenbauer, dich brauche ich nicht. Ihr zwei seid okay. Du bist okay. Du dumm. So. So. Haben wir noch einen Bond erstmal. Oh, ich hab da noch Dinger. Und dann, Sand hat immer gesagt. Ja, ist ein bisschen übertrieben. So reicht. Digimon ist was schönes. So. Wir werden Sieger sein. Wands sind so geil. So. Wub. 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 Warte mal. Irgendwie fehlt da was. Aha. So. Oh mein Gott. Ist das nicht ein bisschen too much? Ich glaub das ist ein bisschen too much. Sascha stirbt an Fallschaden. Hm. Möglich wär's auf jeden Fall. Das war ein bisschen übertrieben. Aber einfach nur geil Einmal ein Wand Und dann lohnen sich Compressed Thieves Eigentlich kaum noch Ich finde Compressed Thieves Nee Wenn man mal ganz wenig sieben muss Okay, aber ansonsten macht es keinen Sinn Ja, ja, ja Ich baue aus Versehen meinen Boden ab, genau Sonst noch Wünsche? Denn ich komme Aus Versehen, ja, ja Oder mal ein Chance Cube öffnen oder so, ne Am besten so mit minus 100 Oder was weiß ich was Ja, ja Ach ja Ja Ja, ja natürlich War klar, dass du das Versehen hast Chance Cube öffnen Können wir tatsächlich Irgendwann machen, aber Nicht in meiner Base Und kaputt Das war der Dear One Ja, 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 klar Gedrückt halten Jetzt wird es wieder doof mit dem Mund Ich brauche Dias Hast du schon Dias? Nö Mein Sklau hat noch nicht genug Dias gebaut Oh mein Gott Der arme, der zückt mir eigentlich voll Leid da drin In den sieben Oh, weia Das wird nichts mehr Ich habe leider zu wenig Material Oh, nee Oh Achso, ich lasse es echt nicht genug Ich dachte, das reicht Ja gut, ich mach's mal Ich mach's mal Kann ich noch andere Ones machen? Die so Zwischeneisen One Eisen Unbreakable, ja Der wäre perfekt Aber den habe ich nicht Ich habe bald kein Eisen mehr Das ist das Problem Ich könnte Aber erst mal durchsieben Ja, nee Ich mach mir jetzt erst mal einen Stein gegen Aus Kobbel Wo haben wir denn die Stickies? Ah, so viel haben wir nicht mehr Okay Koppel Komm Machen wir einfach so 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 Habe ich schon so und so gesagt? Hoch 1 2 3 4 5 5 Sollten ja reichen Für das bisschen, was wir da noch haben Das ist sogar zu viel, ne? Das ist sogar zu viel kann sich ein bisschen immer schön so immer schön so ja so ja ich weiß nicht warum das bei mir so drin ist aber so ist so ist halt so aber so klingt doof ich sag einfach zu viel so aber ich fange irgendwie immer mit so an so jetzt genug so 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 genug gelabert hier obwohl ich schon die ganze zeit laber ja 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 Mh, mh, mh. Immer Soße. Ja. Soße kann man auch so sagen. Huch. Alter. Das ist ein bisschen too much hier, ne? Hm, 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 hm. Ich hab ne Idee. So. Ha. Danke. Ich dachte, wenn das einmal quasi abbaut, dann war's das. Das funktioniert ja wirklich. Ist ja voll geil. Das ist ja voll geil. Danke, Flo. Da ist noch einmal Kies sogar. Ja, vielleicht so ein bisschen. Nein, Spaß. Aber deswegen probiert man sowas ja aus, ne? Äh, ich glaub, das ist ein bisschen zu viel. Egal. Alter, was kann ich da eigentlich noch so rausbekommen? Kann ich da auch Eisen raus? Da krieg ich auch Eisen raus. Oh, ich hab's schon. Fertig. Das ist ja witzig. Bin schon fertig. Warte mal, war Ridgewater nicht echt gefährlich? Warum hab ich das Gefühl, Ridgewater war total gefährlich? Ich hab das Gefühl, da war irgendwas mit Ridgewater. Irgendwas Böses war mit Ridgewater. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Hatte ich die Sink schon gebaut? Nee, war... Ach, da hab ich Eisen für gebraucht, was ich nicht mehr hatte. Also manchmal könnte ich weinen. Ach, vor Glück. Vor Glück. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Ja. Ein bisschen Overkill, da hast du Pokémon recht. Das ist ein bisschen Overkill gewesen. Damit hab ich selbst nicht gerechnet. Aber ey... Scheiß drauf, Sand kann man... Ich mein, nur Glas brauche ich sicher auch irgendwann genug. Oder irgendwas anderes, was ich daraus machen muss. Das wird schon. Trimble... Warum hab ich so ein böses Gefühl wegen den Ridgewater? Irgendwas stimmt da doch nicht. Warte mal, was wollte ich damit überhaupt machen? Ach ja, Seelensand und Quarks. Ja, 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 ja. Klar, Seelensand und Quarks. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich Ridgewater überhaupt wollte. Das heißt, ich brauche wieder... Ich hätte gerne eine Item-Node. Redstone. Redstone, Transfer-Nodes, Fluid brauchen wir auch. Wo haben wir denn den Rest hingeschmissen? Hier, den haben wir... Eine Kiste und Stein. Stein haben wir hier. Kisten... Hab ich hierhin gebaut. Ach komm, wir machen einfach neue Kisten. Machen wir einfach noch mehr Kisten. Und besieber sein, der Beste sein. So. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Das heißt, theoretisch können wir das hier jetzt auch wegmachen. Und gleich... Ja, egal. Machen wir jetzt nicht. Turnbow. Erde. Wer ist mit Erde? Wir könnten jetzt auch Erde automatisieren. Ach, einen Barrel nehmen wir auch gleich mit. Ach, wir brauchen aber einen Stone Barrel dafür diesmal, ne? Ich glaube, das müssen wir tatsächlich machen. Einen Stone Barrel. Hier. So ein Teil. Ja, natürlich. So, die Musik hat wieder aufgehört. Nervig. Warte mal. Es hatte einen Grund, warum ich so viel Sand gemacht habe. Es hatte doch einen Grund, warum ich so viel Sand gemacht habe. Ey, ich dachte, oh mein Gott, ich habe viel zu viel. Refine Storage an. Ja, ich weiß, dann brauche ich keine Kisten mehr. Ah, ich wusste doch... Ich hatte irgendeinen Grund, warum ich so viel Sand gemacht habe, ne? Ja, das war der Grund. Vereinigten Staaten, der ist die Geliebte von Osama Bin Laden. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie mega Schiss vor dem Bridgewater. Ich habe aber keinen Plan, warum. Ein, zwei, drei. Ein, zwei. Drei. So. Ist so ein Neuhexenwasser. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich ein echt mieses Gefühl. Soll es sich nicht betreten, aber sonst ungefähr nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ei, 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 ei. Ich habe halt so ein mega mieses Gefühl wegen dem ganzen Zeug. Konnten da nicht irgendwie Monster spawnen oder so? War das nicht so? War das nicht so? So. ne monster werden bei kontakt verwandelt das war das ich weiß ich habe glaube ich schon mal schlechte erfahrung mit mit water gemacht ich bin mir sicher da ist irgendwas schlimmes passiert sonst würde ich nicht so reagieren eigentlich muss der zaun eins höher na zumindest hier egal passt schon so ich gehe da ja eh nicht warum habe ich so ein übeles gefühl ich wollte noch immer eine sinkbar ne so diesen haben wir gebaut so 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 jetzt bauen wir die sink hier hin jetzt machen wir eine fluid note und dann die hier also einmal büpp und einmal büpp ich sagte büpp jetzt fühlt sich das mit wasser ach das braucht auch noch eine zeit okay verpiss dich pilz mit dem weg nichts zu tun haben so dann brauchen wir eine transfer not für items das können wir nämlich hieran machen so und jetzt geht das ja theoretisch hier rein wenn es fertig ist ne jetzt brauchen wir nur was ja wir brauchen jetzt die kiste ja jetzt eine pickaxe text wie auch immer eine pixel oder wie auch immer das zeug heißt es wäre praktisch ja gebe ich zu weil ich meine axt immer zurück lasse so geht das überhaupt so warte mal ich bin gerade verwirrt geht das überhaupt so kann ich jetzt ne 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 okay ah ich weiß nicht Ah ja, geht ja nicht Ist ja eine andere Minecraft-Version Oh Okay Ich hoffe, das funktioniert jetzt so wenigstens Also das ist Ridgewater Fast Man kann nie genug Kisten haben Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich will Du bist jetzt Ridgewater Sehr schön Das heißt Ich jetzt hier sand In Ernst, dann lasse ich halt die Erde hier Es funktioniert Boom Boom Es dauert zwar ewig, aber es funktioniert Gut Ich bin stolz Ich habe es geschafft Okay, wir machen noch ein paar Kisten Ich habe nicht mal genug Holz Oh ja, wir haben ja jetzt diese Transfer-Nodes Ganz ehrlich Ganz ehrlich Das ist hier nichts Dann machen wir lieber hier eine Moment Komm mal her Machen wir gleich richtig Machen wir machen also hier einfach eine Transfer-Node von unten Wo wir nicht rankommen Oder auch einfach hier Und sagen einfach Und sagen einfach Ey Funktioniert nicht so, ne Das verstopft doch irgendwo denn Ähm Ich habe keine Ahnung wie sich es verteilt, ich hoffe das verteilt sich irgendwie Ja, dafür muss ich ja Nodes machen Warte mal, ging die schnell Dafür muss ich Kisten machen Und Redstone Obwohl ich habe nur Redstone Habe ich keine Krupp mehr? Ich habe keine Krupp mehr Wo ist meine Krupp? Kruk So Shake, baby, baby, shake Schönes Leben Schöne Welt Komm, mach doch mal den Kackbaum Oh ja, danke Das, das ist ja super Oh Ist mir egal Den Decay halt von alleine Das verteilen ist immer die nächste zuerst Na dann Glas Stein Redstone So Sechs Stück habe ich hier noch Ich hoffe das reicht alles so wie ich es will Müsste Stein Normalen Stein Da Achso, einen Kisten Immer Kisten So I'm so tired Mhmm 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 Hoppala Mhmm 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 Kann ich sogar noch zwei anschließen Edge Haha Ich hoffe das funktioniert so Mhmm 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 Im nächsten Stream ist da so viel drinne Yo Im nächsten Stream bin ich einfach reich Mhmm Also zumindest wenn ich äh Nicht heute streamer Nochmal Mhmm Ja Ist besser Mhmm 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 Fick dich Warum Mhmm Das ist doch nicht dein Ernst Mhmm Ey Das ist doch nicht dein scheiß Ernst oder? Mhmm Boah Mhmm Das Das kann doch jetzt nicht wahr sein Was für ein Arschlochbaum einfach ne? Boah ey Mhmm 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 Okay So Hä Ich brauche nur eine Note? Hä Und wie verbindet sich die Küste dann mit der? Aber man kann die ja nicht nebeneinander stellen oder so Da muss ich die denn mit denen verbinden und das sieht eklig aus Das mochte ich nicht Deswegen habe ich das ja so gemacht Damit das so ein bisschen WB Damit das so ein bisschen ordentlich aussieht So jetzt wiggle ich damit der Baum hier nicht groß werden kann wenn ich weg bin Komm du bist nicht wieder so ein großer oder? Gut Sehr schön Ah hier kommt viel zu wenig Strom an ne? Ich brauche auf jeden Fall größer Solardinger ne? Boah Ach Ach ja Egal Passt schon Das passt jetzt alles so wie es ist Ist schön und toll und tralala und hopsasa und ist mir egal Huch Huch Dich behalte ich erstmal So Neee Sieht nicht so schick aus Mach ich irgendwann aber jetzt ist egal Dann habe ich die schon mal auf Vorrat für später Dann habe ich die schon mal auf Vorrat für später Ist ja auch nicht verkehrt Die auf Vorrat zu haben So Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Solardinger Ich habe gerade in den Chat gesehen Ich habe gerade in den Chat gesehen Das hat nicht funktioniert Ja Es geht langsam aber es geht Es geht langsam aber es geht Also eigentlich brauche ich Hiervon vier Stück Äh fünf Stück Damit Das so läuft wie ich will Und dafür bräuchte ich nur Redstone Und Redstone war aus Dust Na Genau das war aus Dust Beziehungsweise auch die A7 Ja genau von den zweiten Damit es genau so läuft Wie es laufen soll Weil die verbrauchen hier je 20 Und ich brauche 40 Das heißt ich brauche hiervon Fünf Stück insgesamt Also noch vier Aber am liebsten hätte ich einfach Hier komm Bam Dracheneier Alter das ist ja Boah Drachenatem Diablog Das geht ja voll klar eigentlich Also bis hierhin geht es sogar noch Oder zwei davon Das wäre auch okay Aber dafür Ja ne Egal ich lasse es jetzt so laufen Ich mache jetzt eh aus erstmal Ich habe doch eine Menge geschafft Mehr als ich vor hatte auf jeden Fall So Und Äh Dann wird man sehen Was als nächstes kommt Ach ja Ist das nicht schön So Also Leute Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Eine schöne Woche Bis morgen Oder bis später Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung bis wann Äh Je nachdem Wie es läuft Die 6er reichen Ja genau Die 6er reichen eine Weile aus Man kann ja auch mehrere bauen Von den Solardingern Ach Wie gesagt Bis zum nächsten Mal Danke fürs dabeisein Und Und...